Hallo und herzlich willkommen zurück zu Konflikten. In letzten Folge haben wir Zivilisten, wir sammeln vor uns gesammelt, wir sind aufgebaut. Und in der Folge, guck mal, gucken wir mal, irgendwie, die Falle nicht der Hauptbahnsteiger. Ein bisschen Entdeckung. Ein bisschen Entdeckung. Unit Repair. Wir bauen jetzt einige Panzer. Sieben weitere Panzer, stellen wir mal einfach hier ab. Und, gucken mal, ob ein Rekord Jeeps da langkommt. Wenn ich mich nach da hinten sprechen kann, ohne dass irgendwas passiert. Folgen wir ihnen einfach mal. Wau bumm. Ok. Ich bräuchte einen Scout, der mir Armee verrät. Wo ich damit Jäger schön angreifen kann. Da ist Armee, ok, hier. Ja. Aber mit Jägern einfach hier anzugreifen ist keine gute Idee, deswegen hier. Ich sende da in die Kampfgruppe aus, um ein bisschen Gebäudeschaden zu errichten. Wir wollen nicht das ganze Gefängnis hochjagen, wir jagen jetzt erstmal hier drum rum, stehen die Beute hoch. Außerdem ist auch noch ein bisschen was von dem, was da rum steht. Und so, wenn ich hier. Building completed. Oh, wir haben noch zehn Sekunden Cooldown. Hier noch einen reinschicken und hier noch einen reinschicken und da noch einen, dann kann ich da die ganze Armee auslöschen und dann könnte ich einfach nur einen Transporter rein ein paar Soldaten. Ich mache es nur, damit es ein bisschen schneller geht, weil sonst müssten wir, ich sage, so kurz mit Apex. Und jetzt erstmal hier gucken mal, wie sich hier... So, weil ich jetzt hier reinhau und da reinhau und da reinhau und da reinhau und mein Geschenk fast alles geschafft. Ja. Äh, noch durch. Bestimmt. Das wird auf jeden Fall kein Spaß, hier mal ein bisschen aufzuräumen. Deswegen räume ich hier auf und gehe dann danach direkt hierher. Mit der Gruppe hier. Warum steht die denn überhaupt hier? Wo steht nicht da unten? Wer ist wirklich wichtig? Und dann auch nicht hier, sondern da brauchen. Und wie wäre es, wenn wir ein paar Min-Suche los schicken und hier Min-Feld auf zu suchen. Building completed. Und wie wäre es, wenn wir jetzt noch... Blödschen was bauen... Ich bin jetzt ein bisschen was zu gehen. Ich bin jetzt... ... wofür wir haben. Und dann kann ich jetzt hier gehen. Und dann kann ich hierher... Ich bin jetzt hierher... du bist immer da durchschnittlich die Schlechtel-Aune Kau Kau der Klinik der Schlechtel-Aune die zwei Blätter Juni Repair Prozent wenn man mich und schicken gleich mal ein Koppel Ego um E-Mustart In der Folge haben die uns der Niedern eingedeckt, jetzt stecken wir sie mit Wege ein Destination reached Go! Hoops So jetzt müssen wir bloß hier noch mal Luftangriff reinhauen mit rein in die Truppen dann schicken wir einen Truppentransporter zwei hier vor Ort oder ok die 2 Bildung im Frieden ein Kommandos ein Koldau Bildung im Frieden der Lübke kommen wohl Bildung im Frieden der Fall ist es die Welt der Abruhrung jetzt gesagt Helikopter die Jungs ab so wo standen die jetzt rum die Stimmung Schickmann hat man erwegs rein das wurde einmal was der Termin suche darin geht es nur hier ins Minenfeld da gut zwei richtigen drin die rumstehen ich hab den timer nicht eingeschaltet bin ich ein Genie okay ich hab gesehen was ich sehen wollte jetzt schickt nur die taktischen Jäger aus da kommen sie selbst wenn es jetzt alle Jäger weg sind jetzt haben wir was wir wollten die Zwicklung Basis vernichtet und rücken wieder ein K K K K K K K ja wir hätten auch einfach durch den Pass fahren können so wie die Gruppe jetzt für gemacht hat aber wir machen ist cooler K 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 v K 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 Ja, ihr seht, die Jungs halten nicht so laut, sie halten nicht langweilig, deswegen sollten wir jetzt gucken, dass wir hier wegkommen. Oh na, 5 Advanced Tanks haben sie überlebt. Okay, dann schicken wir die auch mal nach Hause. Da kommt heute, fährt man mit ziemlich schnellem Speed da hoch. Und du, Marine. Mit jedem Schuss 10 verloren. Wären wir jetzt noch nicht durch, hätte ich das gar nicht erst gemacht. Oder wer durch sind, kann man das ruhig mal machen. Du, bleib mal stehen. Okay, dann halt nicht. Und? Hallo? 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 Die Ambassadörer haben zurückgebracht zur Base, sicher und so. Mission erreicht. Okay. Congratulations, General. We received exceptional media coverage and the operation was both a military and a diplomatics. Alles klar, okay, ich hab's nicht verstanden. Ich würd sagen, beenden wir die Folge hier und sehen uns in der nächsten Folge von KonfliktZone. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Bis dahin. Ich will auf brasile hin. Herr hier.